Hier finde ich schöne Sachen. Warum bist du nicht noch mal weitergegangen? Ich helfe dir beim Zaubermaffen. Ich bin hier nicht so, ja. Achso. Lass das das Frauenarbeit. Wir sind jetzt hier so gut wie ganz unten. Ich glaube, es geht nicht mehr tiefer. Okay. Ich glaube, die Steine kriegen wir überhaupt nicht abgebaut. Meinst? Ich glaube, das war früher, da hat man gesehen, dass man ganz unten aus der letzten Schicht war. Da ging es einfach nicht weiter runter. Hey, hey. Hier geht es noch mal runter, aber das sieht schon so aus, als wären wir da schon gewesen. Oh, hier ist nochmal ein Gang. Nochmal weiter runter. Das sieht jetzt der Bett wieder aus, oder? Ja, ja, das ist ja auch alles schon. Ihr seid über uns. Wahrscheinlich kommt ihr jetzt gerade zu uns hin. Ah, okay, hier ist Obsidian. Seid ihr hier unten irgendwo, oder was? Ihr seid ja verrückt. Hä? Nee, das ist aber eine Sackgasse. Ihr seid neben uns. Warte mal, bleibt mal da stehen. Hä? 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 Er kommt euch wo? Ich... Das müsst ihr jetzt eigentlich... Seht ihr meinen Namen gerade? Ich müsste direkt... Das ist ja komisch. Ich sehe hier nach euren Namen. Ja, da seid ihr doch. Guck, hallo! Ach! Servus! Seid ihr doch! Hallo! Oh, schöne Sachen gibt's ja! Die haben uns so für alles ausgeplündert. Ich weiß, wo noch ne Höhle ist, ne coole Verena, glaub ich. Wenn das Wende dann neu ist, sonst müssen wir da mal hingehen. Oder beim nächsten Mal, wie auch immer. Wo denn? Äh, da müssen wir wieder, müssen wir wieder nach oben. Okay. Ja, mach das halt. Das ist da, wo ich die Schafe erkundet hab. Oh, jetzt ist meine Spitzhage natürlich kaputt gegangen. Ich weiß auch nicht, ob ich das noch finde, ich weiß nicht. Tja, sag mal, ist das hier Obsidian? Ne, ne? Ja. Oder ist das was anderes? Ne. Kannst du das abbauen, das Schwarze? Ne, ich nicht. Ne. Ich auch nicht. Ja. Ja, das ist Obsidian. Soll das so sein. Hast du zufällig nen Schmelzofen dabei? Ey. Ja, aber wozu? Ich hab keine Spitzhage mehr. Ich hab aber Eisen und Kuhle. Also du brauchst ne Werkbank hinaus. Ich hab doch deine Werkbank hingestellt dahin. Die Werkbank steht hier irgendwo, ja genau. Hier steht ne Werkbank. Ne, wo ist die denn jetzt eigentlich, die Werkbank? Hat jemand mitgenommen? Aber ich muss Eisenschmelzen vorher. Einschmelzen? Also brauchst du nen Ofen, ja? Ja, genau. Hier. Pass auf. Mach ich mal schnell ein bisschen Eisen. So, kann auch sonst verbleiben. Ich hab zwei Diamanten, ey. Und 44 Redstone, Ufu. Soll ich wieder hoch oder was? Boah, ich hab 53 Redstone. Oh, du bist ja noch besser. Und ein Feuerstein. Was macht man eigentlich mit Feuerstein nochmal? Feuerzeuge. Wow. Uui. Genau, du brauchst ne Eisener und nen Feuerstein. Da kannst du mich angreifen, ey. Pass auf, da ist ein bisschen Lava. Guck mal, da hinten sieht's so dunkel aus. Wo ist Lava? Meine Güte, ja, da könnten wir doch auch mal ein bisschen weiter gucken, ob da... Ob's hier geht, hier geht's noch drauf. Ich mach mal hier so einfach so einen Gang. Ist schon wieder Koppel, warum auch immer. Wahrscheinlich waren die hier schon, die zwei Chaoten. Das sind ja wahrscheinlich. Wenn der da grad über die Lavabrücke rauft. Mhm. Oh, ich hab so kitzelt. Da ist schon wieder so ein Minenwagen mit Redstone. Redstone. Wie war das denn jetzt die Werbung hingestellt? Eigentlich da hinten am Garten, also... So rechts an der Seite irgendwo hatte ich die, hatte noch ein Stück. Jetzt bin ich übrigens überzeugt, dass wir hier doch nicht mehr rausfinden. Nee, was ist das? Das ist der Ofen von uns. Moment, dann... Drunter, nein. Nein, hier ist er. Hier oben. Ach, da hinten? Hier an der Seite. Wie kommen wir jetzt hier wieder zurück eigentlich? Gar nicht. Äh, äh, äh. Da ist er nach oben rum, oder was? Ich häng im Spinnennetz. Ich mutel mich auf der anderen Seite wieder nach oben, ganz einfach. Ich häng im Spinnennetz. Ja. Ich häng da mal ab. Auch nicht schlecht. Es blubbert hier so verdächtig laut. Ich glaub das nicht. Hab ich noch... Ah, ah, ah. Und ich sag noch. Auf Lava gestoßen. Achtung! Boah, was hier alles ist. Aber wenn, dann habt ihr ganz schön viele Lieben. Achtung, Lava! Hier nicht mehr weiterbuddeln. Nee, Nivi, kannst du mir auch noch einen Stock geben, zufällig? Ja. Wie viele brauchst du denn? Uah, Wasser! Verdammt der Angst! Na, dann geht's ein bisschen drauf, so. Ja. Nur einen? Ja. Nicht Ahnen draufgebuddelt. Wea. Wir drücken immer noch durch den Hoch. Ja. Wie bist du dann noch von Wasser? Wie geht noch mal das Schild? Achtung, Lava würde ich da gerne hinschreiben. So, äh, warte, ich bau hier eins. Oh. Nee, ich hab kein Holz mehr. Fuck, ey. Was hab ich noch? Ja, ich hab noch ein bisschen Holz, ja. Gebt so hoch. Dann musst du, sechsmal Holz in die Mitte unten in Stock. das ist das schwarze zeug hier nervt ein bisschen das ist ja jetzt häng ich im spinnennetz fest immer dieses spinnennetz ich bin es sein hat was man eventar und viele diamanten gefunden stefan herr krägert er holen und dann ist auch noch so gegangen bohr warum haben wir das nicht entdeckt ja in die falsche Richtung gelaufen, glaub ich einfach nur. Sollten wir zurücklaufen? Sollten wir gucken, was die gerade machen, die beiden? Ich muss hier das Schild schreiben, das geht ja hier nicht. Dass ihr da sind, sind die schon lange abgebaut. Ja, ich kann die schon gar nicht mehr aufheben, sonst kann man das Gammelfleisch wegwerfen. Nimm's Witt. Sehr geil. Schau mal, da oben ist auch noch Gold. Ja. Irgendwie da oben an der Decke. Sieh das? Sollte ich schon mal hoch, warum? Ja, machst du mal. Ich geh mal hier weiter. Ich bin nicht nett. Sollte ich mal gucken, wo die Lava aufhört? Sollte ich mal einfach hier reinbuddeln. Das freu ich schon mit dem Schild. Achso, du machst das schon selbst, auch gut. Du hast gerade gesagt, machst du. Mach ich doch mit. Ich bin der erste, der verbrennt, das ist nicht schlimm. Hey, der schießt auf mich. Warte mal, hier ist keine Laufen mehr. Mach ich hier mal ne Fackel hin. Da war aber nicht viel Gold. Verdammt. Aber es war welches, oder? Ja, ja, war welches. Hat sich nicht gelohnt, sorry. Naja, zwei Block, Blöcke. Zwei Block. Uch, jetzt hau ich noch auf dich. Ja, ich dachte ich mir schon. Wo bist du jetzt hin? Ranty Fire. Ich dachte ja, hier gibt's... Ja, hier ist ein Smarakt, ne? Achtung, Lava. Boah, was ist hier alles? Meine Gute. Ich hab's schon weggemacht. Oh, ah. Hm? Hast dich getroffen? Nee, hier ist noch mehr Lava gewesen. Boah, nein. Achtung, geh mal weg, warte. Ich kenn, der kommt schon. Lava fragt's hier nicht. Ich... Kacke, ich lass die mal lieber so. Wenn du da einen Stein reinsetzt, ne? Kannst du die guckst du jetzt wieder mitmachen? Hm? Oh! Wie bin ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich geh mal hier rüber. Ich ändere mal die Richtung. Bist du denn da gehen? Ja, ich hab mich irgendwie... Ähm... Glaubst du? Ich glaub, die kommen doch wirklich nie wieder raus. Hahahaha. Mach nichts, wir können ja vor... Du warst nach oben brudeln, irgendwann. Irgendwann kommst du... Ja, wir können aber doch nur zu Mahner entworten, wenn der oben ist. Ja. Ja, ja, ich bin... Ich bin... Zu mir könnte kommen. Bescheid gehabt. Puh. Wir haben ja immer auch die Variante, einfach sterben. Aber vorher Bescheid sagen, damit ich aus dem Geheimnis rauskomme. Achso, ich durfte das ja immer noch nicht sehen, oder was? Bitte, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ah... Sehr spannend. Hier ist auch noch dunkel hier. Aber du bist immer noch sehr konzentriert, oder? Äh, total. Ich kann... Merk's. Ich bin voll dabei. Ich bin... Angestrengt dabei. Kann natürlich sein, dass das Ding nicht gleich verrät, aber... Ich bin noch nicht. Äh... Jetzt... Mach V da nicht so alleine vor dich hin, so still. Aber das... Aber das... Let's play together. Könnt ihr nicht einfach so... Ja, aber... Ja, aber... Du bestimmst die Regeln, ne? Ja, klar, natürlich. Wer sonst... Hm? Ne, war nicht Spaß. Ja, aber... Ich könnte halt... Ja... Könntest du gar nicht. Wärst du gar nicht in der Lage dazu, oder wie? Leere Versprechung. Mhm. Ohne Ende. Kein Problem, aber... Hier geht's auch noch lang. Momentan bin ich echt dabei. Das ist... Okay... Ähm... Genau. Ah! Guck mal! Ja, das ist ein Retzel. Vielleicht verpiepsch. Hm... Hm... Hey... Schau mal! Boah, technischer Vorsche! Okay, jetzt hab ich einen Fehler gemacht. Das ist natürlich blöd. Boah, krass! Ach, jetzt sind wir wieder bei der Diamantenbrücke! Ja, das ist ja irgendwie hier so ein Megatunnel... Megakrass! Nehmen wir, was war denn jetzt dein technischer Vorschrift? Bei mir? Ne, bei der... Electric Edge, ja, bei der Verena war das doch gerade. Ach, ich hab gedacht... Ne, ne... Was denn? Ich mach doch keine technischen Fortschritte! Ähm... Kannst du auch hier rüber? Nyehyeh... Oh, jetzt muss ich groß. Das geht nicht. Ähm... Oh, jetzt komm ich zu... Super! Du... 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 As侙... ... Ja... Und ich dachte erst der andere Schwarze den die anderen da gefunden haben wäre da gewesen. Aber das sieht ja so roz-schwarz. Ja da ist keine Ohr mitgenommen? Neooo, ne? Ne den hab ich da gelassen. Neaf und Werk còn stehen da eigentlich noch... oder? Aber ich hab jetzt auch schon wieder eine Werkbank irgendwo stehen lassen. Ich wollte hier irgendwo auch neben den Austin noch mal hin. Den komm ruhig mitnehmen. Ist einfachzu bauen. Die ist einfach so ein Stein... Stein gibt es hier so viel. Oh, wieder Redstone gefunden. Sehr schön. Oh, und Lava, 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 Lava. Lava, Lava. Da kannst du eigentlich eine Kiste hier unten nehmen. Hast du dein Schwert weggeschmissen? Ja, super. Ja, genau, damit du es aufsammeln kannst. Dachte ich schon, wow. Zwei Pfeile müssen da auch irgendwo rumliegen. Die habe ich auch schon. Oh, Mann. Ja, irgendwie dachte ich, das wäre vielleicht ganz sinnvoll, ja. Stefan, wir finden hier nie wieder raus. Nee, da hilft nur Sterben. Ich war ja eben schon raus, ich war ja eben schon tot. Da habe ich die Lava schon aussehen. Dann hast du immer wieder reingefunden, dass du auch nicht schlecht war. Mit meiner Macht habe ich wieder reingefunden. Ach so, so ist das ja hier. Sonst hätte ich die auch nicht wieder reingefunden. Das ist jetzt irgendwie blöd. Ich bin leicht überfüllt. Geht mir ähnlich. Wir können hier unten keine Kisten bauen. Ach, das wäre cool. Mal hier so eine... Wenn man von überall zu kreist. Kannst du das schon bauen, aber, ne? Da kannst du nicht drauf, genau. Kannst du nicht drauf zu, ne? Gut, nee, ich habe kein Holz dabei. Ich kann nicht mal bauen. So spinnen. Du kannst ja auch Holz von dem Dungeon da, von dem Minium Zeug abbauen. Ach stimmt, das würde ja noch gehen. Da habe ich mal drei Eier. Jetzt muss ich die wegschmeißen. Wie ging das nochmal mit Leiter bauen? Sechs Sticks brauchst du. Sieben. Aber ich habe sechs Eier. Komm mal her, wo bist denn du? Du musst so ein Haar ausstöcken. Ja, komm, ich gebe dir sechs Stück. Ich habe nämlich... Ich mache es mal. Weil ich nämlich nicht weiß, wohin... Ja, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ja, dann mache ich noch welche. Ah, nee, ich habe keine Stöcke. Ja genau, du musst ein Haar bauen, ausstöcken. Was sind meine Stöcke? Ach, da unten sind meine Stöcke. Ich kann die gerade noch nicht einsammeln, warte mal. Es ist so geil hier unten. Egal, wo du hingehst. Zeus. Da ist noch mehr Kohle. Das nimmt kein Ende mehr. Nid, wie kannst du mir nochmal ein Stöckchen geben, bitte? Guck mal, ich schaue zu dir auf. Woll das Stöckchen. Ja, da gibt es ganz viele. Ich habe nicht mehr Platz. Aber was, wo ist denn jetzt mal weg? Ach, die Fäden, die kommen fort damit. Oh. Voll bis zum Geht nicht mehr hier. Ah, da wollte ich gerade noch eine Fackel. Kann das sein, dass ich überhaupt keine Kohle mitgenommen habe? Ach doch. Kohle ist hier, kannst du auch haben. Nee, nee, ich habe nur übersehen. Noch ein paar Fackeln machen. Also ich glaube Kohle, äh, findest du in jeder Straßenecke. Ja, ja, hätte ich mir so, hä, kann ja gar nicht sein. So. Gut. Ich gehe jetzt, also die Leiter, ach ja, die kann ich ja jetzt aufsammeln. Moment. Falls ich es schaffe, hier hochzukommen. Wo willst du denn hin? Dann habe ich denn das Ding. Ich gehe jetzt nach oben graben gerade, oder was? Ja, weil da Lava hinten ist. Also hier, ich will jetzt da vorbei. Ich will jetzt nach oben. Einfach kreuz und quer hier durcheinander, einfach in den Boden rein. Wie Redstone, da kann ich langsam mal anfangen. Ja genau, schöne Türen bauen. Mhm. Ach, Redstone, Tür. Ja, ja, hier. Was geht hier, Alter? Was ist, was greift dich denn da an? Das ist so ein Rappenvieh. Was ist das für ein plüschiges Tier? Was war denn das? Das ist doch, keine Ahnung. Das ist aus wie waschwer. Das hat dich in den Hintern gebissen. Ja. Da ist aber noch irgendwo eins. Man hört das. Das ist gerade nicht. Doch, hörst du das nicht? Nee. Vielleicht tonst du leise gerade. Verrückt. So. Ich hoffe nur, über mir ist keine Lava. Ich habe das Gefühl, ich hätte hier total wenig Eis. Ich habe das eigentlich bisher eingesammelt. Da war es sicher. Oh, da kommt Lava gerade. Was hast du schon wieder gemacht? Hast du meinen? Komm einfach mal mit. Nee, nee, ich komme einfach mal mit dir mit. Ich werde einfach mal. Hinter uns ist Kohle. Wo ist das Eis? Ach, guck mal. Und da oben ist das. Da ist ein Ausgang. Guck mal, da ist doch da oben. Doch, da oben. Spring. Hab's noch? Ja, machen wir einfach so. Ich wollte die Schleitern hier hinsetzen, aber warum? Alter. Einfach weghauen. Ja, wir sind jetzt wieder, ähm, ja. Oh, jetzt runter. Da geht's runter. Weil da, da links geht's ja immer. Oh, Mann, 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 Mann. Tausenden Gänge. Also, guck mal, hier sind Rechtsfackeln, also muss das... Ach, komm, ey. Dann gehen wir rein. Die Fackeln müssen nicht sein. Also, die Fackeln da, die hab ich da jetzt gerade gesetzt, Norm. Alter, schade. Ja, ja, die hier oben nicht. Ist das so abgefahren? Das ist, ich glaub, die ganze... Ich glaub, die ganze Insel, wie hier ist. Ach, guck mal. Ich würde echt interessieren. Wir sind wieder in der Mine. Mich würde es echt interessieren, wo wir uns jetzt befinden, eigentlich. Also, jetzt kartenmäßig. Ja, was ist? Wie weit wir jetzt vom Haus weg sind und so. Oh, Creeper. Oh, nein. Bleib bloß weg. Guck mal, nimm wir. Hier ist es dunkel noch. Schau mal. Es ist noch finster da hinten. Ach ja, das ist ja irgendwie... Mega-Höhlen-System. Hier unten ist ein Creeper. Pass auf, halt vorsichtig. Leg... Komm weg da. Das hast du mit Absicht gemacht. Genau. Du hast mich zu ihm geführt. Ich mach den... Ich bin jetzt der Held. Ich mach den Tod für dich. Oh, Entschuldigung. Ja, ja. Ich mach den Tod für dich und du haust mich. Ich stirbst den Heldentod. Und ich erschlag ihn. Ich wollte auch mal ein Held sein. Ich hab Level 19 schon. Keine Ahnung, was ich damit noch anfangen soll. 21. Ja, wozu sind eigentlich diese Level? Also ganz nebenbei. Oh, da muss ich... Zum Beispiel zum Verzaubern. Oh, da. Ach so, dafür. Guck mal hier, da ist ein Pilz. Ja, das... Wie immer Anna. Du willst mich nur wieder zu irgendeinem Creeper führen. Ja, zu einem Pilzcreeper. Guck mal hier. Höhenpilze. Ich glaub, die sind... Die können wir noch essen, oder? Ja, ja, ja. Ist mal schön. Ich hab jetzt eh gleich keinen Platz mehr. Oh, da unten... Oh, oh. Da geht's ganz runter. Da waren wir bestimmt schon da unten. Ich glaub, das sind wir vorhin schon mal lang gelaufen. Auch mal das Lava. Hab ich doch gesagt gerade. Aua. Was ist denn? Ich hab mir die Hand verletzt, weil die Spitzhacke kaputt gegangen ist. Ich glaub, das ist doch Gold hier, was so ähnlich aussieht. Ich werd mal kurz den Freitod wählen und du musst aufpassen, dass du nicht auch stirbst. Und dann komm ich gleich wieder, weil ich bin voll mit Zeug. Dieses Rote cheatet immer. Was? Das cheatet doch hier niemand. Was? Ja, jetzt. Immer diese Freitod. Und da oben, da brauch ich jetzt mal. Versuch, was ist das denn? Ach, da geht's schon wieder runter. Wo bist du denn? Bei mir geht's auch runter und gerade. Du bist... Ah, du bist genau auf der anderen Seite drin. Seid ihr eigentlich auch im selben Höhlen-System noch? Ich bin wahrscheinlich. Ich glaub, das ist ein riesiges. Ich glaube auch. Bist du jetzt hin? Achso, jetzt geht's dir wieder woanders lang. Die Rena hat beim Karten erstellen generiere Mega-Höhle. Ja, genau. Hab ich direkt so eingegeben. So cheat. Generiere Mega-Höhle. Achso, du bist hier durchgelaufen? Oder wo bist du jetzt? Ähm, ich bin... Eins, eins weiter... Ähm... Links von dir. Warte, ich grab mich mal zu dir durch. Oh, Golderz. Cool. Aber ob wir hier jemals so wieder rausfinden, ist wirklich... Wir können's denn nur mit Reit und Rollstuhl. Das geht gar nicht anders. Aber wie finden wir dann wieder zurück? Also ich meine rein? Gar nicht mehr. Ja, du bist weggerannt vor mir. Kling. Prost. Bist du jetzt? Bist du wieder ganz vorne. Guck mal, hinter dir. Du bist gerade vor mir weggelaufen. Achso. Na, guck mal. Ich hab mich schon durchgegraben, ne? Ah. Oh, jetzt schlag's dazu. Ich troch'n rein, ich bin in den Gang. Oh, ich mach's mal. Oh, ich mach's mal. Ich hab's mal ein bisschen Eisen. Ich hab's ja auch zeitig, ja. Also ich hab schon... Naja, 51... 24 Golderz. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht.